Der Kapitalgipfel 2018 findet am 25. Mai 2018 in München hier im Haus der Bayerischen Wirtschaft statt. Wir haben eine Top-Location herausgesucht, die für unsere Zwecke für dieses Event perfekt ist. Wir haben einen ganz tollen Vortragsraum. Wir haben hier dieses Foyer, in dem ich auch gerade mich befinde, wo wir ein paar Aussteller unterbringen werden. Also da ist genug Raum, um sich zu vernetzen, um sich ausführlich zu informieren. Jetzt mal ganz abgesehen von den wunderbaren Vorträgen, die wir haben. Ja, vor Ort mit dabei ist in diesem Jahr der Finanzvisier, Dr. Gerd Kommer, Dividendenadel, Finanzrocker, Jessica Schwarzer, Jungs von Mission Money, Jakob Pendorf, die Börse Stuttgart mit ihrem Format Frag Ritchie. Also eine ganze, ganze Menge an Referenten und wir haben auch von Unternehmensseite Scalable Capital, den Professor Mitnick mit dabei und beispielsweise auch jemand von Visual West. Also ganz tolle, runde Truppe. Es sind etwa zehn Vorträge. Wir haben währenddessen auch eine Menge Pausen eingeplant. Das war mir eben ganz wichtig, dass Sie ausreichend Zeit haben, um Ihre Fragen zu stellen, auch direkt in Kontakt zu treten zu können mit den Referenten. Und auch bitte sehr gerne auch untereinander sich zu vernetzen, weil Sie alle verbindet eine Interesse, ein Interesse und das ist das Interesse am Geldanlegen, am langfristigen Vermögensaufbau. Und das möchten wir mit unserem Format eben auch fördern. Ja, Tickets gibt es auf unserer Webseite unter www.kapital-gipfel.de. Dort finden Sie auch alle weiteren Informationen, das genaue Programm, die genaue Adresse, Location und dort gibt es auch die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Regulärer Preis sind 149 Euro. Wir haben aber bis zum 30. April noch die Möglichkeit, ein sogenanntes Early Bird Ticket zu erwerben. Das kostet dann nur 120 Euro. Und wenn Sie bei irgendeinem Ihrer Blogger, Finanzblogger auf dem Verteiler mit draufstehen, kriegen Sie darüber auch noch einen Rabattcode. Und dann kostet Sie das Ticket dauerhaft eben nur 120 Euro. Also ich glaube, die drei wichtigsten Punkte, warum man am Kapitalgipfel oder den Kapitalgipfel besuchen sollte, ist zum einen natürlich das Programm. Die Kombination zwischen Finanzinformationen von unabhängigen Finanzbloggern präsentiert und dargestellt, die quasi aus der Praxis berichten, ist aus meiner Sicht einmalig in Deutschland. Es handelt sich hier um keine Werbeveranstaltung, sondern wir haben wirklich Know-how, Leute mit Know-how da, die sehr, sehr mit Passion bereit sind, Ihnen dieses Wissen zu vermitteln. Das Zweite ist eine super Location hier in München, im Haus der Bayerischen Wirtschaft, wo wir uns eben, wie gesagt, schon sehr freuen und hier auch außerordentlich Platz haben und Ruhe vor allen Dingen in den Vorträgen zu folgen. Und der dritte Punkt ist die wunderschöne Landeshauptstadt München. Es lohnt sich also für jemanden auch, der nicht aus München kommt oder aus dem näheren Umfeld, vielleicht einen Tagestrip oder einen Wochenendtrip vielmehr nach München einzulegen. Wir haben das Event deswegen extra auf einen Freitag gelegt, sodass Sie dann Ihren Partner auch noch mitnehmen können und am Samstag, Sonntag noch eine schöne Salzing-Tour durch München machen können. Ist auf jeden Fall eine Reise wert, uns hier zu besuchen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen.